ich frage mich wie lange die schulen offen sind heute ist der fünfte dritte also spannend wenn das video jemand in zwei wochen sieht kann er gucken und das sind die inzidenzwerte für münchen und ich habe ja lieber office und vor allem möchte ich erklären wie man mit diesem office tool so eine trendlinie machen kann also die das ist das datum hier zahlen 123 weil ich als mathelehrer gern von 1 bis also leichter als das datum und hier die inzidenzwerte habe ich mir rausgeholt die habe ich die werden erstmal markiert und dann klicke ich auf dieses tabellen dings und dann nicht sollen diagramm sondern linien diagramm und die hier in haken setzen die erste spalte als beschriftung also diese 123 das ist meine x-achse und die inzidenzwerte sind meine y-achse und dann bekomme ich was dann bekomme ich hier diese kurve die die dies steigend ja das könnte jetzt eine linie sein oder irgend sowas ich muss die markieren das ist eine rechte klickerei also da muss hier dieses x sein und damit der also erst mit der rechten maustaste und so sind sie markiert so sind sie nicht markiert und so sind sie markiert und wenn die markiert sind dann geht es weiter dann rechte maustaste trendlinie und die trendlinie die ist interessant hier ist es spannend ich gebe rein exponentiell das heißt das ist meine annahme ich vermute es könnte mich auch nicht gerade sein also aber ich vermute mal ich habe so viele nachrichten gehört über die mutante und so ich vermute mal es ist ein exponentielles ding und dann zeichnet er das da muss ich jetzt wieder machen also wieder markieren rechte maustaste wieder rechte geklicke und dann auf trendlinien gleichung einfügen und dann bekomme ich hier eine funktion f von x dieses x spät also das ist hier ungefähr sie also y ist gleich 27 x steht für zwei komma ungefähr 7 hoch 0,03 mal x das ist meine exponentiell funktion und ich vermute dass das weitergeht und die kann ich jetzt programmieren also das sind die gemessenen werte die ich habe das ist mein x ja so x und hier kommt die funktion rein die ich gerade habe also 27,17 das kann man dann runden mal exp also ungefähr 2,70 und hier eben nicht mein x sondern b4 ja das hier das ist bei mir hier ist ein vierer das ist mein b4 und dann klicken nach unten ziehen dann holt er sich für den wert diesen 2 also da setze ich hier 2 ein und dann bekomme ich hier diese exponentiell funktion da ist die große frage stimmt das mit der wirklichkeit überein also nach meinem modell ist ja nur ein modell sind wir ungefähr hier dann so am ersten april über 100 fernunterricht also nach ostern fernunterricht aber natürlich also diskussion ja also ich habe wir öffnen gerade das beschleunigt wir kriegen aber mehr impfungen und tests das bremst wieder als wenn man das modell selber macht weiß man wie simpel das ist aber dieses werkzeug trendlinie wollte ich unbedingt bewerben das ist spannendes mathematisches tool